Ja, ich muss da noch Salat für dich machen. Du musst Salat machen, ey, verdammt! Rüber! Baiten! Yeah! Gut, ey, Mann! Ich muss den Drops mal noch raus, ey, ist ein bisschen schlecht. Okay, also, raus mit dem Drops! Ohne fehlt wieder von uns. Ja, ich rach gerade noch, oh! Hey, du musst ihn rausschmeißen, bevor noch einer kommt! Schnell, Ida, schnell! Ida, 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 Ida! Jawohl! Oh, Mann! Oh, ich schau ne wilde Becken... Ich schau ne wilde Becken... Ich schau ne wilde Becken da drausschmeißen! Wahrscheinlich du? Ja, genau! Oh! Das war ich jetzt! Ich schau ne wilde Becken! Oh, Mann! Ich schau ne wilde Becken! Ich kann da mal verstehen, dass keiner die Becken halten mag! Nein! Haha! Der Sigil hat gesagt, er ist aber wieder in der Stadt! Oh, ich schau ne wilde Becken! Ich schau ne wilde Becken! Ich schau ne wilde Becken! Ich muss die Becken! Oh nein! Ich muss die Becken! Ja, ja. Eine Polizei beim Schnitzel. Stabschutz. Die Antwort ist Anti-Terroreinheit. Ja, ich glaube nur, wenn ich so Anschlag und IS und keine Ahnung noch was dazu sage, dann... Oh, hoppla, jetzt habe ich es ja gesagt. Oh Gott. Ich muss gleich boomen, das liegt. Trigger, man. Oh, zwei Leute, wo ich den Bacon Knight rausschmeiße. Ich glaube, die sehen den Bacon Knight als Verräter an. Nee, ich bin da dabei. Ich habe noch einmal. Jetzt hat er nur noch Angst. Oh, jetzt darf ich auch so viel wieder her. Irgendwann wieder hinaus dem Eck her. Oh ja. Oh Mann, das geht schon los. Skatecher, lass. Oh Mann, das geht schon los. Oh Mann, das geht schon los. Hey, Timon, hast du da... Hast du da eine Mine hingelegt, wo du hergelaufen bist? Von rechts, ja. Gut. Gut. Sauber, Gargeln. Geht bitte wieder ins andere Team. Er hat, er hangen. Er hat, er hangen. da wieder raus können wir nur markieren ja ich versuch raus er ist auch nicht auf dem haus oder bloß eine sehr komische hätte er das da ich hätte ihn eigentlich sehen sollen der ist nicht mehr da gell was ist da nun der ist nicht schlecht schnapp mir den mal Was macht denn der da oben? Kein Schein Käpt'n Süßzahn Geht die jetzt nicht mehr raus oder nicht? Ist ja geil, wenn der Pfeiler kurz ein Freund hat ist, dann gehen wir raus und schießen Was gibt's noch nicht? Oh, schön geschmissen Oh mein Gott Jetzt hat er sich umgebracht, die kleine Ratte Dann ist der auf dem Haus Das ist so ein Fall, ne auf dem Haus, da steht noch mehr so ein Der ist auf jeden Fall runter Shit Ramon, pass mal auf, da unten ist irgendwo glaub ich eine Also das ist irgendwo in die Richtung Runde gelaufen Von anderer Seite, aber auf der jetzt Ja Ja Ah, verdammt Shit Was macht man zu dünner auf dir? Da kommt's bis oben hin Uiuiuiui Jetzt hafen sie alle so Bacon nach Ja, ich hasse dieses Level, das ist einfach nicht mal ne Schwerecke Ja, wo Ups Ja, wo Ba-bam Sind wir ohne Hause, ist er wieder ohne? Hier schon, der muss oben ins Haus und wir müssen runterfallen Ja In welchem Haus? Ah, in dem wo der Captain Süßzahn vorhin war Simon, hast du denn gesehen, der ist immer noch da, ne? Ja Das machen wir so Das ist das schlimmste, ja wohl Ja, so Gut Naja Okay, der ist noch mehr vom Haus Oh? Jetzt kommt der ins Haus Der kommt jetzt ums Haus, ins Haus Ja Happen Danke Kommt noch einer, Tyler Tyler, kommt noch einer Ja, ja, Happen, Danke Und noch einer Was ist denn hier los? Ich hab' alle keine Box mehr Achtung, da ist wieder einer Schon wieder, warte mal, schon Bombe hier, gleich mal gucken, was passiert Oh Saverai, hey Der hat sich hingelegt im Haus Im Haus, kein Problem Oh, nein Der wollte ich schon Ja, jetzt wollen wir Au, 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 au Ey, wie ist denn der hier hochgekommen? Da hinten, wo ich war, da hockt einer Okay Die Ratte, ey Oh Hä, hol ich mir Oh, Mann, ey Hallo Hallo Ist der auf dem Haus, ey, da? Ja Ja Jetzt läuft er, macht er den Turm durch Uhhh Oh, f**k die Ruhe Ich muss mal mit den Kameraden verreden Was? Bei mir rennt gleich einer aufs Dach Äh, aufs Dach ans Haus ich glaube unten drin war ich muss ja mal ein kill machen bestimmt morgen es ja gut den ballkiller aber ja keine ahnung er hat gerade gemeint er ist ein schlauer typ aber die spielmechanik war schlauer wahrscheinlich versuchen wir ich glaube unter mir ist einer unter dir aber außen rum da kommt schon wieder einer zu uns? nein bei mir irgendwo läuft er rum ich bin nicht bei dir auf dem haus ja er läuft außen rum jetzt kommt er neu okay er weiß ja nicht wo ich genau sitzt er lächelt mich nur shit von mir ist er ja der ist da unten oh der hat nicht gesehen der ist im fenster guckt er raus der andere wo bei dir ist Tyler ah ja der ist gerade raus wird er shit achtung der rennt ja der wird jetzt zu mir rüber kommen ja der kommt zu mir rüber ah Mist ich kriege nicht der ist im haus das gibt's nicht er geht jetzt die treppe hoch achtung ganzes flug im magazin habe ich auf den däpp geballert der schweb im aufzug der ist gar nicht gekrabbelt er ist hochgefahren worden wie an flacher im aufzug der ist der trigger man du der geht mir auf die müsse yes boah das war so glücklich aber ich muss gerade auf mich ziehen ja ich sage mir so eine absprache treffen kann er macht es schon noch mehr bock mann wir gehen auch nicht und er rennt auch nicht ja Captain süßtarn ah oh das sieht krass aus was warnt das was warnt der was warnt der das war komisch eh ich hab dich gegrascht ey warum bin ich jetzt bei der anderen shit scheißdreck ich bin nämlich genau bei dem der mich gerade abgeschossen hat ja zu wenig Achtung Bacon halt auf sich rennt auch nicht zu hey hat sich weggekühlt links von dir muss er sein ne der ist weg hat Bindung getrennt katzare aber war er weg Fott wie ein Boozer Kapp ich hab die Trigger man hat keinen Bock mehr gehabt weil er schon getroffen hat wenn doch einer ist ich bin dann kannst du wieder röhr wechseln mit einem ja ja mal oh der ist mir ich hab nicht gewusst dass du es bist ich wollte gerade Granaten über schmeißen oh Achtung NAH ich bin auch nicht gefallen ich vollhorst egal den hole ich mir oh sehr gut Moment ich bin ja die Bacon knickt Samu in deine Richtung ist wieder einer unterwegs Ok, ja, ich würde eine Mine laufen. Simon fällst du da oben? Ja, nur, komm deine raus! Shit! Na, jetzt ist ja noch alles voll, ey. Ja, hab ich schon abgeschlagen. Ah, das ist das Level I hate the most. Nein, das gibt's doch nicht! Was hast du denn? Ich hab's schon mal auf deinen Kopf. Ich hab's auch markiert. Dann hast du die Waffe gezogen und bist wieder rausgelaufen. Dann hab ich auf dich geschossen. Käpt'n süß. Bei Moon, wenn du zu mir guckst, siehst du mich? Komm mal. Wie hast du gesehen auf der rechten Seite? Ist auch noch rein. Ja, zeig dich noch mal, Schnitzel. Auf, zeig dich doch mal. Ah, du warst das. Ne, das war nicht ich. Das stimmt nicht. Ja, da war ich markiert. Ja. Ach, das läuft gar nicht mehr gerade. Oh ja! Der ist mir. Jetzt wurde ich da an, hallo! Da ist noch einer. Da sind zwei. Unter mir ist einer. Da ist einer mehr. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich versuchte gerade auf der Welt zu markieren. Auf dem Berg. Toll, Chekotto! Ja, Chekotto! Komm, nehm, mein Freund! Komm! Bei Moon, unter mir ist einer. Ja, voll. Was? Ja, voll. Also bei Sun Moon. Ich glaube, Sun Moon, hey, Schnitzel rettet dir ganz schön den Arsch. Das ist gut. Oh, hier den Felsen ist einer. Aber da kommt mehr raus. Freiklin. Dann halt nix. Oh! Oh! Ah, verdammt! Oh! 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 So, ganz klar! Oh! Oh! Ich verstehe! Oh,ANN, ich öffre! Oh.. Ah, weiß ich nicht. Ja, was sind los, Bacon Knight? Juhu, ich komme wieder zu euch! Bin wieder bei euch! Gut gemacht. Wollen wir noch gucken, wo die alle sind? Achso. Oha, keine Ahnung, ich guck da nicht nach den Moment bei... mit Fremden im Team sind. Was, der ist in der Oppoklave, Simon, wo du noch brennst, da sind zwei. Hä? Ein Turm im Zwischengeschoss ist da einer. Ja, schmeiß mal was rein. Ja. Happen markiert. Schrecken so geil, die schon. Ja, dann probiere ich. Ja! Ja! Oh, und da ist drüben... Weiß ich gerade, der wäre tot. Jetzt hätte ich ihn noch einfach abgeschossen. Achtung, irgendeiner kommt. Ja, ich habe gerade gehört, irgendeiner läuft hier rum. Mhm. Ich weiß ja nicht genau, wo. Ich glaube, bei mir, der hat nämlich was gerade irgendwo unter mich... ...leckt. Sein Trottel. Ja. Ja. Ja, ich habe da ganz viele Opfer. Jekoto. Der Käpt'n Süßzahn. Jekoto. Achso. Saimun klickt wieder auf seinen Lieblingsplatz. Was? Ähm, Saimun... Da kommt jetzt einer gleich den Balkon hoch. Ja, da läuft der normalen Wein hin. Ja, wer ist da tot? Ja, wer ist da tot? Ja, einer. Direkt vor mir... Direkt vor mir müsste einer liegen. Nee, jetzt ist er wieder im Haus drin. Der Gameboy. Gehen wir wieder runter. Löw ich wieder, was ich... Nein! Ah! Da war noch ein Toter. Oh, ich Motherfucker. Ah, den... ...könne ich noch erwischen. Ich hab mich gerascht. Sehr schön. Ja, in der Ambush drin. Jawohl, ich hätte gut gemacht sein. Hehehe. Was denn jetzt? Ey, was denn jetzt? Oh, da war unser... Unser Haus ist beladisch, wenn wir ihn so zerfetzt haben. Ja, das siehst du. Also, das machen wir noch, oder? Ja, das machen wir noch. Ja. Dann ist Schluss.